Sie möchten überproportional an der Kursentwicklung von Aktien, Indizes, Rohstoffen, Währungen teilhaben? Dann könnten Unlimited Turbo-Optionsscheine für Sie interessant sein. Wie diese funktionieren, das erkläre ich Ihnen jetzt. Licht an! Unlimited Turbo-Optionsscheine orientieren sich beispielsweise an der Kursentwicklung einer Aktie. So nennen wir die Aktie mal die Licht an AG. Sie kaufen also beispielsweise einen Unlimited Turbo-Optionsschein auf die Licht an AG, der sich zeitgleich, wenn die Aktie sich um einen Euro bewegt, überproportional mitbewegt. Und das bei Falten als auch bei steigenden Kursen wohlbemerkt. So kann der Unlimited Turbo-Optionsschein eine deutlich höhere Rendite erwirtschaften, als beispielsweise das Direktinvestment in den Basiswert, die Licht an AG. Wie stark diese Hebelwirkung ausfällt, hängt davon ab, welches Produkt Sie auswählen. Es gibt nämlich eine ganze Reihe an Unlimited Turbo-Optionsscheinen auf denselben Basiswert. Die einzelnen Unlimited Turbo-Optionsscheine unterscheiden sich durch verschiedene Basiswerte, also beispielsweise Aktien, Indizes, Rohstoffe oder auch Währungen. Aber auch durch unterschiedliche Höhen der sogenannten Knockout-Schwelle, eine zentrale Kennzahl jedes Unlimited Turbo-Optionsscheins. In den Wertpapierbedingungen wird diese Knockout-Schwelle auch maßgeblicher Basispreis genannt. Denn wenn etwa die zugrundliegende Aktie der Licht an AG diesen Kurs irgendwann während der definierten Handelszeit erreicht, so endet die eigentlich endlose Laufzeit des Unlimited Turbo-Optionsscheins. Ihre Investition ist vollständig verloren. Hier ein Beispiel. Angenommen, die Licht an AG notiert bei 100 Euro und Sie haben einen Unlimited Long Turbo-Optionsschein auf die Licht an AG, also einen Optionsschein, mit dem Sie auf steigende Kurse der Licht an AG setzen. Angenommen, Sie haben ein Produkt mit einer Knockout-Schwelle von 90 Euro gewählt. Dann verfällt Ihr Unlimited Long Turbo-Optionsschein, sobald die Aktie 90 Euro erreicht oder unterschreitet. Ganz gleich, ob die Aktie sich danach erholen, also wieder steigen wird. Ähnlich verhält es sich mit einem Unlimited Short Turbo-Optionsschein, nur dass Sie damit eben auf fallende Kurse des Basiswertes setzen. Und bei diesen Produkten liegt die Knockout-Schwelle oberhalb des Kurses des Basiswertes und sie darf nicht berührt oder überschritten werden. Es gibt Unlimited Turbo-Optionsscheine mit Knockout-Schwelle nahe am aktuellen Aktienkurs, aber auch solche, die weiter entfernt vom Kurs der Aktie sind. Als Faustformel kann man sagen, je näher die Knockout-Schwelle am Aktienkurs liegt, desto chancenreicher, weil höherer Hebel ist Ihr Investment, aber auch desto riskanter.